Herzlich willkommen hier bei Klagemauer TV. Heute ist das Thema, den Handy-Oploaden ohne Oploadgeräte. In Zukunft sollen Tendien ohne Oploadgeräte opgeladen gehen. Markus Ruvala schreibt am Wissenschaftsmagazin Technology Review, der Prototyp leut sich auf über Funksignale für WLAN-Stationen, Televisionsantennen, Handyantennen und andere Funkquellen, die uns ständig umgehen. Markus Ruvala ist ein von den Forscher, den diesen Prototyp in den letzten Jahren am Nokia-Forschungszentrum zu Cambridge entwickelt hat. Der Ruvala sieht, Doppladen von den Handys über Elektrosmog geht schon durch, für unbegrenzten Handys am Stand-by-Modus zu halten. Kritiker von diesem Projekt so, dass für die notwendige Schlechtung von 50 mW ungefähr 1'000 Stärken Radiosignale an der Umgebung nötig sind. Wie stark muss die Welt, an der wir leben, von Elektrosmog belastet sein, weil wir durch die Möder los schon Millionen von Handys unbegrenzt am Stand-by-Modus betreiben können? Die Verantwortlichen für diesen schleichenden Genozid können nicht so lange bestand tun, wie unsere Richter noch zu bestürzen sind. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und wir sehen uns an Röhm, und Rösser Stech, hier auf Klagemauer.tv. Klagemauer 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 Untertitelung des ZDF, 2020